Herzlich Willkommen zu einer Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir düngen jetzt bei uns fertig durch. Jetzt gehen wir auf Feldmauro 15, um uns aufzudüngen, dann werden wir mal sehen, was wir noch machen können. Keine Ahnung. In der Nacht ist 11 Uhr. Ach so, wir wollten noch Holz holen. Die Holzauflagen waren dabei gewesen. Das Sägewerk braucht wieder Holz für Paletten. Und das dauert noch immer, dass man ein bisschen versorgen kann, dass man dafür was verkaufen kann. So. Feldmauro 15. Das sind unsere größten Felder, das war mal gewesen. Das sind bald die kleinsten, haben wir in allen. Das Feld war fertig. So. Düngen, Feldmauro 15. 30 Meter. Gut, kann er mal durchziehen. Düngt doch, ne? Oh, das braucht nicht. Feldmauro 15 braucht nicht gedüngt werden. Bald ist es nicht fertig. Dann geben wir auch die 18. Aber da wird man noch nicht schwachsen. 18 wird noch nicht schwachsen. 26 vielleicht eher schon. Das Teil, das Gras. Oder die 25. Dann kann man den mit der 25 fahren. Dann geht der auf die 18. Dann sehen wir uns erstmal. Beziehungsweise auf die 18, glaube ich. Sehen wir gleich. 26. Das ist gleich hier in der Ecke. Und das Bauern. Dann brauchen wir auch noch später Frühling. Ja, so viel ist kann ich mir nicht tun, ne? Aber Holz haben wir noch mal. Holz ist ganz wichtig, dass das Ding arbeiten kann. Später zur nächsten Nacht muss das Ding wieder gut gefüllt sein. So. So. Kursgenerierung. Aber wirklich kleines Feldchen, ne? Dreimal ist gut. Ja. Aber das ist so. Muss gemacht werden. Aber da speichern wir nicht ab. Irgendwann kommt da was auf. Weiß noch nicht genau was. Aber irgendwann schon. So. Unser nächstes. Die 25. Aber die 13 muss noch wachsen. Und hier ist die Fläche noch frei. Da muss man überlegen. Dahin machen wir. Also irgendwie mit Heuchtrocknung habe ich mir so einen Kopf. Und Schweinefutterherstattung. Zum Beispiel. Also was alles ist mehr oder weniger vor Ort. Ich möchte das nicht weit weg haben. Äh. Ist aber auch wichtig, dass man so viel macht. Und da fordert man einfach das System, ne? Also obwohl ich eigentlich ein ganz gutes System habe. Sollte da eigentlich keine Probleme geben. Aber man muss ja nicht drauf verschwören, ne? Ich glaube die 14 war auch gut, ne? Ja. Ja. Da muss ich mal nachschauen. Irgendwann her wird zu viel. Und man hat es nicht mehr im Kopf. Da sieht schon grün aus. Das ist gut. Ja. Jetzt haben wir hier eine freie Sicht, ne? Freie Sicht. Ich glaube ich dem Osten. Das ist ungewohnt. So. Hier das gleiche in grün. Direkt noch ein Vergewänder aus. Oder zwei. Noch ein zwei. Noch ein zwei. Ja. Das will ich jetzt sehen, ob es funktioniert. Das funktioniert nicht. Oder es ist fertig. Keine Ahnung. Das funktioniert nicht. Ah. Das muss man wachsen. Das funktioniert auch nicht. Gut. Gut. Die Rühmen und die Kartonflütschweine. Das heißt auf gut Deutsch. Wir stellen auf Bereitschaft und warten dann ab. Wir brauchen keine Rühmenkönigweine. Wir brauchen keine Kartonflütschweine. Wir brauchen halt nur noch anderes Zeug. Ist leider so. Warte. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich lebe. Uff. Da ist aber auch fertig. Kartonflütschweine. Also mehr wie mehr geht nicht. Die Alten können wir mal löschen. Das sieht schon grün von weiten aus. Das ist ein gutes Zeichen. Kartoffeln mögen keinen Frost. Das sieht aus wie Gras. Ah, da müssen wir aufwarten. Gut. Da warten wir auch. Wir haben jetzt nicht. So, Mission. Abgeschlossen. So, nein, wir transportieren keine Pferde. Na. Für so wenig arbeite ich nicht. Wir haben so eine Fahrzeuge nicht. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Ach so. Holz. 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 Holz war das Thema. Ja. Wenn das Gehirn nachlässt. Wir trainieren. Deswegen machen wir mit dem Spielen. So. So. Irgendeine Stimme hat mir gesagt. Mach die Stunden vorweg. Dann macht die Pferde besser. Einziges Problem ist, dass die Fräse auch. äh. Dummerweise auch die Bäume wegnehmen. Die schon gefällt sind. Die Stimme hat mir fest. Die brauchen mehr Holz. Die Bäume sind zu klein. Die wollen noch sehr gering. Neun, neun. Bisschen schneller. So. 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 Das würde man nach vorne arbeiten, ne. So. Wie wollen wir? Ich muss leider alle weg. Ah, das ist einfach vielleicht nicht so. Es sind natürlich nicht so. Und doch schon mal weg. Neun, das ist doch riesig. Auf einmal. Wie passt. Wie passt. Was? Wie passt. 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 Die Hütte, was macht die hier? Schon wieder viertel neun. Ich stehe hier ab. Und gleich noch mitmach von heute neun Pause, beziehungsweise Schluss. Und gleich mal versuchen zu bearbeiten, beziehungsweise was ich jetzt tun. Ja, lass den richtigen Ball, das lohnt sich auch. Also bisher noch, nach Möglichkeit, Bäume planten. Spätestens im Herbst. Wir haben zwar viel rollt, aber die selbst geplatzt, weil wir sind ja größer. Beziehungsweise wachsen die aus. Dann hast du nur große Bäume, in Anführungszeichen. Dann hast du halt weniger Aufwand. Also ein kleiner Baum, machst du genau so viel arbeiten, wie ein großer Baum. Heißt, du musst hinfahren, du musst nicht absägen, du willst nicht so lang. Boah, so ist ein Friseur, da ist noch scharf. Aber es ist keine Lust dazu. Das wäre so ein Tannenbaum, ne? Ist ja bald Thema, ne? Gibt auch noch, Weihnachten. Das Einzige Gute ist dabei. Man hat Urlaub. Für eine längere Zeit. Frei. Es gibt ja vor allem die Feiertage ja günstige Weihnachten. Jetzt hätten wir meistens nur eine Woche frei gehabt. Ein paar Tage. Jetzt hätten wir die Feiertage schon. Es gibt ja so die Halligen-Teilkönige am Montag oder zu. Das passt eh. Aber nächstes Jahr kommt der Falk da. Und dann sind wir wieder mitbrochen. Dann hast du Montag viel zu arbeiten. Da wir im Winter die Hauptsaison haben. Die meisten Aufträge im Winter halt. Dann fällt ein längerer Urlaub im Winter aus. Wieder geek. Die sind so ganz wichtig. Das war alles. Geht ihr euch? vibrations. Geht ihr euch? Geht ihr euch? Geht ihr euch? Geht ihr euch? wie schön das geht ich muss ein halb viel Holz machen wie gesagt, Teilefeld lässt alles k.i fahren das muss ich allein machen das ist okay die wollen auch Arbeit haben jetzt noch die Zeit ein bisschen haben wir noch ein bisschen haben wir noch Zeit ich versuche hier die Länge ungefähr einzuhalten das ist ja für die Statistik nur richtig und wie die schon lang sind, dann kommt man automatisch in den Bereich wo zu wenig geschaut wird und dann kommt man auf die Empfehlungsrad auch nicht mehr raus in dem Falle sind auch wichtig und wie geläuft ob man geschaut wird ist ja eine andere Frage aber wenn das irgendwo geläuft wird man entsprechend auch registriert haben und dann kommt man automatisch auch an sehr schön dicker Bruder aber die ersten sind alle nach oben im Allerweilweide geht also kann gehen alle nach oben sonst könnte einem Baum ja nichts anhängen also wäre die Krone ja meist offen Temperatur, also viel? 34 Grad, 60. Leistung, 30%, 54. Die Leistung ist 44 von der Grafe gerade, obwohl die beide während dem Meer sind, anscheinend ist dann ein anderer Schiff draus, ein zweiter, der separat noch die Leistung angefordert ist. Jetzt haben wir hier aktuell auch 60 FTS. Wahnsinn, Bäume oder Bäume? Da haben wir noch einen. Äh, wir spacken denn hier. Bis die Beste noch mal kommt. Ich glaube, das wird vor Ort. Das ist viel vor. Das ist viel vor. So, liebe Zuschauer, das wär's für heute. Ich sag mal, tschüss in den Winkel, tschau, tschau. Und heute gibt's vielleicht die Mistzeuge. Und noch schönen Dank fürs Einschauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.